paradigma der menschheit jetzt bin ich nur noch ein neutraler charakter ja wir kommen hier wieder und bluten das auch aus gleich blutet erst mal was aus freunde weil ich habe vor durchaus was für ein schönes massaker das war hier kann man nicht durch kann man doch nicht ich finde noch mal sicher gehen ja gleich machen wir noch mehr für unser karma wir werden so viel für unser karma tun dass wir also wir sind jetzt das paradigma der menschheit also auch wie geht es 37 minuten aufgenommen seit der katastrophe hier liegt noch an schafften flammenwerfer gewicht nur mit schlagring ja das hättest du dir mal besser anders überlegt so mit denen sich so einer bande anzuschließen so und ich weiß es wird sicherlich ein oder zwei leute da draußen geben die jetzt total böse sind und sagen die familie ja die haben doch eigentlich nichts böses getan es waren doch ausgestoßen der gesellschaft und ich gebe darauf ganz einfach mal einen riesengroßen vor zweiste das weil selbst als ausgestoßene der gesellschaft finde ich es nicht gut wenn man leute umbringt nie ist so so ging es hier hinten eigentlich normal auch raus war hier irgendwie nicht so was hier kann man ja sowieso her ich komme hier immer so durcheinander mit dem ganzen kram und heute erst recht es ist nämlich mal wieder die zweite nacht aufnahme hintereinander in der hauptstadt wo sind wir hier hey dicken herr sammler herr sammler ja ja genau ich hätte da was ich hätte ich sehe mich mal um nein ich will nicht reparieren nie 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 er will für 1061 wieder alles zu bringen wenn er reist zum verkaufen so die hier die schüsse die kannst du mir mal verkaufen und der 10 mm schluss wollten wir ja eigentlich nicht mehr stimmt pack hat er nicht benzin tag ist selten aber nee lass mal und kommen wir geben dem ein paar sachen hier aber so kurz mittel nie das verkaufen schnisch und 10 altmetall und wir hätten noch viel mehr haben können hier immer die bandana digger du wirst hier in nächster zeit auf jeden fall um einiges sicherer leben und deine brahmin auch aber die trinken ja kein blatt brahmin blut denn die boyäpfel hier zwei mal eichhörnchen eintopfen lecker zweimal hammer haben wir auch schon öfter gehabt holzhammer und junk food das muss ja schmecken so kappfrüstung die lasse ich mal oder nö kommt ja verkaufen wir sie ihm eine knochensäge was auch immer du damit anfängst junge ich möchte ich will es gar nicht wissen ein kreuz schlitz schlitzel hier lehre whisky flasche nimmt das den leguan am stil den kannst du sicher auch gebrauchen nein das wird auf gar keinen fall wer würde so absolut blasphemisch sein eine löschlauchspritz düse zu verkaufen sagt mir dies akzeptieren und raus mit so jemanden macht man tschüss so wie haben wir hier sammlerhund wo muss man ein bisschen schlechtes karma verschaffen und den sammlerhund erschießen nein weißt du was wir jetzt machen wir fahren jetzt wohin denn mal ja eigentlich könnten wir jetzt auch noch andere world aus gründen ein halt stoppt da guck dir das an die hauptstadt ist kaum noch wieder zu erkennen takuma park da müssten wir ja auch eigentlich hin was ist das hier chevy chase die pool der nationalgarde das hört sich da sehr viel an höhle von rock krieg friendship heiz so was ist denn hier noch alter wir können noch so viel reisen covea wega fabrik das war eigentlich die auto fabrik die ich meinte da ist es lustig glaube ich roboter reparatur hahaha das ist doch hier in schlupf der armeisterin canterbury kam ich bin da so gerne hin war das so lustig wird wenn leute das wird so spannend gesichtsmuseum hoffentlich schützen ja bitte bitte wurde neulich auch von einem gelegenheits zuschauer gefragt warum ich denn nicht mode weil er ist nicht noch nicht gespawnt der typ vorne mit der minigern 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 so wir spielen noch bis ungefähr eine viertelstunde dann habe ich ja wie ich das wohl schneide den ganzen quatsch nur so eigentlich ja wenn ich die abknalle dann dann ist oben der typ vom nice circle ganz friedlich wir dürfen nicht vergessen da ist noch erwartet noch eine begleitung auf uns für 2000 okken hey wie seht mir wieder da in trock ich habe da was für dich guck mal wirklich ich habe fünf beteiligen das hört sich gut ich nehme das stück pack fünf aber nicht so viel ich habe etwas alt beteilig fünf teile eingehalten habe ich nämlich eben gesehen dass wir gerade zehn insgesamt hatten ich muss jetzt lustiger ok zu leben sind wieder da sie sind tatsächlich wieder da ja 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 sehen wir was im angebot gibt als ihnen auf erstmal was mir am wichtigsten ist könnte es mir mal ein paar schuss verkaufen hier schuss ich kann es mal jemanden der wenn ihr wer schüß gesagt hat immer schluss gesagt hat sehr sehr lustig und das lustig zu finden ist nicht rassistisch finde ich nicht so viel money ja und die mf zellen hoffen ja ich glaube die können wir uns bereits schon nicht mehr leisten ja 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 power faust habe ich auch jetzt mal sehen ja gut abgesiegte schluss flinte hier aber zu verkauf ich jetzt mal nicht kreuz schlüssel wer würde das tun nein nein also ich nicht auf gar keinen fall red away brauchen wir nicht weil haben wir unsere eigene fazilität für max und rösch die kaufen ist lecker so schmutziges wasser alter sagt bloß wir können den kram nicht bezahlen hier ach so ist ein spachtel kein pfannenwender spieler geworden stange zigaretten ach guck mal da sind wir schon wieder im grünen bereich hier nehmen wir die beiden stellen ich kann eh nix damit anfangen mit dem quatsch ein sturmgewehr kannst du auch mal haben hier war ein sölder der war ein charmeur das wenn es ist mantel und mantel outfit das behalte ich als andenken ja einfach daran dass wir den den drecksack aus der welt genommen haben mit zündflammen und das tatsächlich schon alles sein dass wir ja leider sind wir schon wieder pleite fast ja ja ich weiß ja ja ich will jetzt noch wohin und kleine rechnung begleichen von früher mal naja es geht eigentlich nur darum dass jetzt wo wir die familie gekillt haben komischerweise die leute auf uns sauer sind die früher von der familie terrorisiert wurden hallo willow beide ich finde die englischen namen noch immer noch besser schule von spring weil ach so da waren wir ja weiß noch ganz am anfang ja jetzt sind die ganzen sachen auf dem bildschirm hier haben wir hier die relais stationen gaststätte 5 access da war auch immer was rock breakers last gas everglow campingplatz abfall entsorgung da ist es sicherlich gut am radeln wir haben diesen ort noch nicht entdeckt ford bannister interessant weckt irgendwelche bein haus weckt irgendwie erinnerung bei mir aber wir reisen erstmal nach wir hatten eigentlich schon mal eine waffe rausholen sollen weil wir werden sofort angegriffen soviel ich weiß ich kann jetzt nicht sehen das ist auch dann ja würde mich jetzt wundern wenn wir nicht angegriffen werden nehmen wir jetzt die mini gun du weißt du komm mal her eine 44er magnum wird es auch tun für die für die jungs und mädels hier ja komisch dass keiner ach da geht schon los moment vogel guck mal evan king danke übrigens raspo alles mich daran erinnert hast dass da ja noch was zu holen ist das hat meine entscheidung die familie zu kehlen gleich noch mal gestärkt evan hat dann mal kurzen anfall von tod gehabt hallo komisch dein körper ist ganz ganz faltenlos aber sein gesicht ist voller falten so hier müsste evan kings haus sein ich war irgendwo aber wie kommt man da rein evan kings haus ich weiß dass noch einmal ihr invest ist der jetzt hier im haus hier habe ich noch eine rechnung kosten kurz auf das heißt ja feuer mache ich das höre sich gut an dankeschön mein guter ja ja was die der ist schon super der typ hat nur die chinesische pistole spricht wohl auch chinesisch stehen so war hier schon alles leer hatten wir ja alles länger nie also mit ihren hatten wir ja sowieso noch eine kleine ein kleines internet so wir machen jetzt hier noch mal richtig wir kriegen kein schlechtes kammer hast das schon mitgekriegt aber hier klammer null warte mal ich habe 60 prozentige chance das schloss aufzubrechen das ist aber so ungefähr dann ist das schloss kaputt und dann so gut dann weißt du was noch mal schloss kaputt was machen wir jetzt so lange ist der scheuß funktioniert warum kriegen wir kein schlechtes kammer ich will sofort mein schlechtes kammer ist es nicht wundervoll ist es nicht erhebend was möchte ich denn mal große waffen da wir sie doch ab und zu mal verwenden fünf energiewaffen da wir es doch ab und zu mal verwenden fünf was glaubt ihr kriegen wir bis zum level cap von so wollte ich das nämlich haben kriegen wir bis zum level cap von 30 das hier alles voll oder kriegen weil das voll ich würde sagen dann noch falschen zwei damit wir auf der geraden linie sind sprengstoff kann ruhig mal einen draufpacken sprache machen aber fünf und den rest da kann man muss die bisschen besser umgehen und fertig so jetzt noch ein perk ich habe ins mikrofon geparkt sprint bis sensen man es das war das noch mal ja ja jetzt finde ich irgendwo genie kann jeder das hilft uns ja alles nichts das ist doof das ist doof also finde ich ja schneller stoffwechsel mit dem extra schneller stoffwechsel erhalten sie bei der verwendung von stimmen packt ein bonus von 20 prozent für ihre gesundheit wann man noch mal gucken roboter schaden wenn wir uns anschleichen kann die bale mag ich nicht wir sind ja keine kann die ball nerdwut sie wurden lange noch herumgeschubst liegen extra nerd gut erhöht sich ihre stärke auf 10 wir haben wir doch sowieso gleichzeitig steigt ihre schadens resistenten 50 prozent sobald ihre gesundheit auf 20 acht nacht menschen wir machen ja nicht viel nacht finesse mit dem extra finesse er sich ihre chance gegen den kampf und kritisch treffer zu übersetzen ja unbefangene vermittlung sprache schnurrer schnurrer mehr munition als sonst kommando ja alles ganz schön und gut aber weißt du was schnelle stoffwechsel gefällt mir weil 20 prozent für ihre gesundheit von stimpaks wir verwenden viele stimpaks so wofen k wir luten auch ein bisschen hier also ein ganz kleines bisschen ja das geht gut aufs kammer das finde ich schön wackelpuppe sie haben eine vortech limited edition wackelpuppe gefunden die aufschrift in schrift auf dem sockel lautet warum mit dem schiff untergehen wenn sie es reparieren können ihre fertigkeit reparieren wurde dauerhaft um zehn punkte erhöht ja gut das hat uns jetzt viel gebracht weil unsere fähigkeit ist eher auf max so ja schon böses karma holen ist das ist der sound der süßen finsternis ja danke rastuale dass du mich daraufhin gewiesen hast dass es hier diese wackelpuppe noch gibt sonst hätte es wahrscheinlich für mich nicht solche bedeutung gehabt dass hier auseinander zu nehmen das ist mal schauen ja nimm das mal darunter ich sag mal ehrlich würdet ihr für böses karma ist bis es kann man so viele dosen luten oder irgendwie irgendwie so munitionskiste her damit schrotpatronen verkaufe ich sowieso der hat uns gesagt dass er nichts hat und hier hat er alles gehortet der drecksack hat doch seit den tod verdienen wir machen auch gleich noch den rest der der bewohner von irrefug bleibt keine angst sie werden alle sterben ja jetzt wird der honk langsam bösartig ja wir haben uns lange genug als messias herum schubsen lassen jetzt ist hier war mal schicht im schacht so irgendwie so das äquivalent zum karneval ich will nur sicher gehen dass in den kisten nicht irgendwas versteckt ist weil kennt man ja das wollte ich genau chaos stiften wenn ich sonst schon sonst nichts zu stiften hat dann will ich wenigstens chaos stiften ich brauche unbedingt hier h klammern wir können nicht in einem bett schlafen dass ihnen nicht gehört ich dachte ich würde böses kammer dafür kriegen das wäre toll gewesen so aus dem laden rein in den laden da vorne ist der nächste ort bösiger taten wohl haus der schenzies karen und ihr mann 19 karen schenzi das war schnell so ist ja noch als wir karen kennengelernt haben das war so eine harmonische beziehung zwischen uns nun denn es hat lange genug gewährt wer schreit hier die hat gerade die tote dieb geschrien es spuckt es spuckt in diesem hause ach ja eichhörnchen am stil was für eine symphonie des grauens ein das war so Untertitelung des ZDF, 2020